Was ist eigentlich die medienpädagogische Kompetenz? Die medienpädagogische Kompetenz gehört zu den drei Kompetenzen, über die jede Lehrerin und jeder Lehrer verfügen sollte. Das ist zunächst einmal eigene Medienkompetenz. Also das heißt, jede Lehrerin, jeder Lehrer sollte zunächst über eigene Medienkompetenz verfügen. Zum zweiten ist es die mediendidaktische Kompetenz. Das heißt also, eine Idee zu haben, wie man Unterrichtsinhalte ansprechend, gegebenenfalls auch aktivierend, mit Medien weitergeben kann an die Schülerinnen und Schüler. Und die dritte Kompetenz ist eben die medienpädagogische Kompetenz und die ist auch ganz einfach beschrieben, ganz kurz beschrieben, die Kompetenz, die Lehrerinnen und Lehrer benötigen, um die Medienkompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern. Da könnte man natürlich noch viel mehr erzählen. Das ist wirklich ganz kurz gefasst. Wer ein bisschen mehr zur medienpädagogischen Kompetenz erfahren möchte, kann dieses Buch sich anschauen von Sigrid Blöhmicke. Da hat sie die medienpädagogische Kompetenz umfänglich beschrieben. Und wer sich vielleicht über das Design einwundert, tatsächlich ist dieses Buch ein bisschen älter schon, das ist von 2002, aber hat an seiner Aktualität nichts eingebüßt. Also sehr, sehr lesenswert zur medienpädagogischen Kompetenz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017